Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest Arkans Verständnis anzunehmen bei Aleria Windläufer auf Makave an dieser Position. Da oben sieht man auch die Koordinaten wo ich gerade stehe. Ich nehme die Quest an und dann darf ich diese schwarze Fläche hier anklicken nennt sich Leven Riss, schlicke ich mit der rechten Maustaste an und dann darf ich ein bisschen zuhören alles wird vergehen. Es gibt nichts außer der Lehre. Ihr müsst die Wahrheit erfahren und anschließend darf ich ihn töten. An dieser Stelle der Hinweis dass falls euch meine Videos helfen dürft ihr ihnen gerne einen Daumen hoch geben. Was mich auch freuen wird ist wenn ihr mich abonniert. Das motiviert mich besonders weit weg Quests aufzunehmen und hochzuladen. Sobald man ihn besiegt hat wird wird man in die ich sag mal Realität weggezogen. Also Realität von WUW. Die Quest ist dann abzugeben bei Aleria Windläufer. Auf Makave an dieser Position. Hier oben sieht man auch die Koordinaten wo ich stehe. Wie vorhin erwähnt falls euch das Video geholfen hat gerne einen Daumen hoch und oder abonnieren würde mich sehr freuen. Ich für meinen Teil hoffe ich konnte euch helfen die Quest abzuschliessen. Ciao